Hallo und jetzt willkommen zu einem neuen Video und zwar spielen wir heute wieder Skywars, aber die ist ja mit einer Challenge, die es tausendprozentig schon gibt, die mir aber so eingefallen ist und zwar einfach, ganz simpel, man darf keine Diamanten benutzen und ja, ich werde trotzdem mit ihr mit hier gehen, um die Diamanten zwar zu looten, aber nicht zu benutzen, also damit sie ja die anderen nicht bekommen, Problem ist nur, dass der jetzt hier gerade alles bekommt, hier werden wir einfach direkt hinterher gehen und gucken, dass der, ja, der will uns töten. Sollte Hey Leute, da steht ja einfach einer Junge, er trapp mich halt einfach Planänderung, wir nehmen einfach das Sg-Kit, Finnel Rots und so weiter Den Fodigide, den tun wir da töten Und zwei in Appellen, das heißt wir können uns zweimal aus Notlagen, wir freuen Und das sollte vermutlich gleich die erste werden Und das sollte vermutlich gleich die erste werden Ich denke da oben rechts, also, okay Ist das hoch? Ja Ja Ja, ich versuch die Den haben wir auch Nein, ich habe glaube ich gerade gerettet Oh, er ist auch zum Tod Ich glaube, er wäre untergefallen Okay, er hat's eh überlebt Was für Gifte bedeutet, das nutzen wir jetzt Was für Gifte bedeutet das nutzen wir jetzt Die Asana verbrennen wir kurz Nein, es ging eins Das können wir jetzt einfach wirklich schaffen Okay, scheiße Das ist ja einer von so von diesen Spielern Auf die ich jetzt gar keinen Bock habe Ich meine, ich spiele selber mit Jot Ich bin nicht besser, aber Normalerweise, mit Runden würde ich halt Dann kann ich Jot nicht so auspacken Außer mein Gegner alleine Vielleicht können wir den aber auch noch mit einem Pearl ausrechnen Vielleicht können wir den aber auch noch mit einem Pearl ausrechnen Ja, die Pearl sparen wir die Wandschaft, den damit ausrechnen Ja, die Pearl sparen wir die Wandschaft, den damit ausrechnen Also wenn das mal, also Ich dachte wirklich, wir werden es schaffen gerade in der Runde Es war so knapp Hier gibt es ja immer vier Kisten auf einer Spawninsel Das ist krass Drei Pearls, also Wir haben ein richtig schlechtes Equip Wie gesagt, haben wir jetzt nicht so die fetten Chancen damit zum mischen Gute Sache, das Ganze hier weg Gute Sache, das ganze hier weg Gut, der ist tot hinter mir habe ich halt nicht gesehen also nicht das jetzt nicht schaffe werde ich das aber sowas noch mal probieren da kann ich das tun und ich bin einfach viel zu inkompetent dafür und schauen wir mal ob wir den jemand töten können unser equip ist halt einfach absolut schlecht ok da hat sich halt nicht gelohnt vorne ist ein fuldi ist mein bogen ich sehe meinen bogen einfach nicht, hätte den vertöten können habe ich den in die kiste gelegt hä? wann habe ich meinen bogen mitgebracht? das habe ich nicht mitgekommen das Problem ist ja wirklich sowas von töten da ist mein bogen die ganze Zeit auf der 2 ich hätte bestimmt nicht, er wäre unbedingt, dass er noch reinkommt wegen meinem Krippnachteil dies hä? gib mir einen Grund der sucht wahrscheinlich auch noch 2, ich habe schon mal meine Kripp gesehen ja, das ist gut ja, das ist gut kommt dir seine Päde an ja, das stimmt ja, dann ist doch noch geschafft ich belable mich Safecoin ah ne, ja, lief es einfach mit die Coins und werfen wir kommen ab dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat bis zum nächsten Mal haut rein und ciao let's go let's go